Das sieht doch schon mal besser aus. So wie das P-Mail, da starten wir mal 5.05. Jetzt auf den Weg ganz nach oben. Wir haben natürlich drei große Zermatt-Glase auch nicht mehr so hoch. Wie sieht es denn, wir haben hier vollkastet, wir haben hier ganz kurz vor mit dieser Karte? Ja, das sieht gut aus. Vollkwoll! Wir sind hier am Stehwander. Da kommen wir 14.05. Zuboakete. Schreit. Schreit. Aber Jonas, der sagt, es lohnt, da hat aber 501 Jonas schreit, Stopp trifft, 850 Meter hoch, 60, 60 Meter. Und jetzt wird es los, da ist es los, da ist es los, da ist es los, da ist es los. Und jetzt wird es los, da ist es los, da ist es los, da ist es los. Und Tobi gibt Gas. Und dann sind wir auch schon durch bei 29,87 Meter mit der Startnummer. Und jetzt gucken wir mal, ob er die Leitpunkt auch auf den Boden dringt. Ja. 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 Ja, 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 ja. So, Jonas, geht. Aufstrahl. Untertitelung des ZDF, 2020 mit der 2,801 77,60 Meter 77,60 Meter ... für André Liga ... das ist der Ackhaus des Ackers ... 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 des Ackers Also guck's auf, hier macht der ja nicht richtig Spaß. Aber auch hier ist es ganz genauer. Sebastian P. Möller jetzt mit der 18.04 vorneweg. 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 Das war's für heute. Man hat es ja fast mit Qualität. Und ganz, ganz, ganz figuriert auf die Räne durchmachiert. 75 haben wir geschafft. Und wir haben ein Pull Pull, wie der Jonas schreit. Es läuft, wir haben nochmal eine ganze Vollzeit. So, als erstes ist es ab der Peeper da dran. Zweites Schenk. Start Nummer 1804. Und er wird irgendwie zum Stehen. 43,14 Meter. 43,14 Meter. Für Sebastian Kemalai. So, da ist er wieder. Jonas Schreit mit seinem Cereon. Von dem letzten Herbst ja einiges durchgehen hier. Nochmal ein Pull hier im Zweifelsstel. Und ich darf nochmal die 803. Weil... ... ... ... ... Vielen Dank.